ok da kannst du ja mein stream zuschauen dann kannst du ja noch ein paar bo6 belohnung abstauben beste runde 27 die zentrale datenbank der insel scheint auf die standorte der gefangenen zu enthalten sobald majas bruder frei ist aber wir können nicht auf die datenbank zugreifen ohne das computer netzwerk zu reaktivieren lege einen schalter um oder sowas also wenn du schlüssel findest dann musst du hier rein und dann hier rein genau in die waffen kann man rein und dann den schlüssel einfach einsetzen ist es okay will ich dich jetzt noch ein bisschen töte oder ja wir müssen erst mal die türen aufrufen das wenn wir dann unten sind ich dann die zweieinhalb habe ich heute auf arbeit in einem short gesehen was denn hier kann man denn hier den strom und machen für den bereich wenn du die letzten jahre hier verbracht hättest du wirst du mehr als nur etwas beunruf da ja ah ok ein einheit aktiviert bitte warten hier oben liegt eine waffe eine xm4 bin mokern aus hier ist schon gerne raten xm4 behalte ich mal scheint gar nicht so kacke zu sein hat die inversions sprengköpfe geborgen nein sie darf meine sprengköpfe nicht haben korrekt technisch gesehen sind es nicht sondern dr mutter ja ohne momente ich komme ich habe maxi munitions korrekt bekommen ja schön auf jeden und ich nehme mich nämlich alles gut die karte ist schon ziemlich geil ne also Jetzt müssen wir unten weiter. Alter, was ist das für ein Geschütz, bitte, Alter. Leck mich am Arsch. Warte, ich würde aber gerne den Noah eigentlich noch holen. Ah, wobei, komm schon so hoch. Was die Frau mal wieder labert, ich hab null Ahnung. Oh, 1000 musst du jetzt noch zahlen für die Tür hier. Ah. Ja, wo ist hin? Nachladen. Ja, hab ich. Hier ist der Generator. Neu. Ja. That's it. Oh my, oh my god. Was? Was? Jetzt versuchen eins neben sie zu lassen. Komm schon mal ein Leiter im Archiato. Na ja, wird ausfitten, wenn sie das hört. Dr. Pack, wir haben Leute vor Ort, die die Festplatte suchen können. Sie werden sie finden. Was? Muss man sich dann das Boot kaufen oder wie? Ne, am Anfang spawnen noch eins hier. Dann kann man sich eins neu kaufen. Ah, okay. Hier, das was hier steht, das muss ich jetzt hochboxen. Ah, lol. Hochboxen? Ja, mit dem Latte Macchiato-Ding. Hier, guck. Guck. What the fuck, Alter? Geil. Lol. Das ist jetzt versuchen. Oh, nee, scheiße. Die rumgeschoben. Sorry. Jo, wie geil ist denn der scheiß, bitte. Ach, steht immer ganz schön scheiße. muss ich von beschlossen? Ärztan die Ecke... Oh, nicht reinsetzen, Bro. Nicht reinsetzen. Oh boy, da explodiert was. Ach du meine Fresse. es geht ein leben lassen schon bei dir? Ja Hier sind aber noch ein paar Oh, der Insta-Kill! Okay, bei mir ist noch einer Ja, schön Ich bin auch woanders rum Ja Ach, das liegt schon wieder Arschritze hier Schon mal in den Beckenpunch runter, ne? Ach, geht ja gar nicht Schau mal her, vielleicht liegt das schon perfekt Ne? Ich weiß schon, eine große Lücke, aber ich fasse hier nicht durch Ach gut, ich bin erst mal essen, ich weiß nicht wie lange ihr noch macht Ja, ja Benni bestimmt lange, aber ich hätte ja auch so bis 9 ungefähr Gucken wir mal noch Ah, die Lücke, wahrscheinlich für die Spinnen zu groß Alles klar, auch leicht Schau Für die Zombies perfekt, aber für die Spinnen, die kommen durch Ja, gut, die paar Spinnen, die können wir ja weg machen Schlaf im Dreck Brutal, ich halte mich an dich Ich halte mich an dich Ich halte mich an dich Wie verstehe ich bei mir Auf ? Das ist Too Du versuchen wir es bis 9 die welle hier zu leben zu lassen die kommt durch so perfekt mal bis 10 wenn es kann ist minimal noch maschinen ich wollte schon mal hoch musste ich muss hier unten wo ist der körper? wo ist der körper? ja alles klar ich gehe mal schwimmen ja wollen wir punchen? weiß ich nicht du hast 10k? ja aber die lehnste ist weg ja ich renne ich renne jetzt sind wir im geschäft so jetzt habe ich es da lebt doch glaube ich fast gar nichts mehr oder? auch nicht da würde ich jetzt nochmal schieben ja mach das ach hier ist noch ein einzelner soll ich nochmal mitnehmen wenn du möchtest ja ja mach ich naja ich glaube so ist gut ja ich auch mal kurz schneller nachladen leitgetränke sind mir lieber aber das ist lecker guck ich mal wieder rumgerutscht naja das sieht doch schon mal besser aus ja für zwei auf jeden fall optimal platz für zwei auf jeden fall optimal platz da ist sie in stöcke nicht schon wieder dieses flatterfiecher auch rein würde ich sagen was du eigentlich jetzt noch war schon drinnen gleich ein fliege viel am leben das war der letzte na bärchen ich glaube so an zufälle ich hatte so ein komisches erlebnis ich bin heute morgen zur arbeit gefahren muss ja aktuell wegen bauarbeiten mit der 3 fahren weil keine s bahn fährt jetzt in der bahn ist so vor mich hin auf einmal habe ich ein einfach gefühlt also von oben einfach ein schwarzer schmäckern vor meiner fresse ob ich hier noch mal sehe habe ich nicht mehr gesehen so weil manchmal man kennt das ja so schmetterlinge ja wenn man die sieht haben das so bedeutung nach farben und da stand dann so schmetterlinge so schwarze schmetterlinge werden so mit dem tod assoziiert aber von er von so so kindern wer so bei kinderbestattungen werden so schwarze schwarze schmetterlinge benutzt what the fuck da bin ich auf arbeit wir haben gerade pause wir sitzen im auto wir sehen einen polizeiwagen zwei, drei da kommt ein notarzt krankenwagen da kam noch ein helikopter die gucken so weil die haben direkt hinter uns gehalten wir gucken so auf der straße da wurde einfach ein kind lebensgefährlich von einem hund verletzt willst du mich verarschen? ohne witz ohne witz ich dachte das kann doch jetzt nicht wahr sein ja das ist crazy ja das verstehe ich bis jetzt immer das ist keine ahnung das war ne da hattest du auf jeden fall eine erfahrung ja das ist crazy wie kann sowas sehen? crazy ich sehe nie so einen scheiß schwarzen schmetterling aber genau an dem tag wo ich so einen sehe passiert sowas ne das ist aber ne vorahnung genau der straße wo wir arbeiten da war ich erstmal bedient da war ich erstmal bedient da war ich erstmal bedient oh crazy ja ja da werde amendments Foundation sind an im das wird ich Jetzt kann ich schon gleich das zweite Mal punchen, Alter. Krass, Alter. Wofür stehen weiße Schmetterlinge? Ich glaube, weiße Schmetterlinge waren doch immer so... ...hat man so Seelen von verstorbenen Freunden und Verwandten. So, wenn die einen besuchen oder so, wenn die auch am Gräbern. Krass. Du warst wohl der ausgewählte. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Der ist dann weg gewesen, einfach so, wieder. Ja, der war einfach weg. Krass. Ich hab den dann gesucht, also ich hab so geguckt, weil der dann wieder weggeflogen ist. Guck, ich hab den nicht mehr gesehen. Aus. Das nennt man gute Trefferwirkung. Warte mal, das ist der letzte! Tja. Scheiße. Da war der Kopf schon weg. Jetzt weiß ich, warum die wurden... Oh, diese Schlüssel. Leider nur grün. Ts JuX multiferspaktoulos CS Oh, nee. ctionc und onte und co und und das genau an dem tag für 10 20 meter ja das ist tatsächlich dann ja das ist tatsächlich dann so eine eingebung oder so ein ereignis auf jeden fall ich habe ich hatte damit nichts zu tun ja ja was war zu den zeitpunkt in der nähe gott junge ich gehe drauf eigentlich nicht so wirklich ich glaube nach heute schon ein bisschen ist ja eher so normal als religiös würde ich sagen das ist geil alter ich will auch träger man ich will nicht jedes mal schwimmen morgen ist die fb bekomme morgen auch schon können schon wieder der letzte achte ich gar nicht glauben nicht ich weiß nicht ob ich mir das antun soll oh mein gott mache ich schaden da war ich schaden wüste tarnung geil ich war von dem level extrem hoch wahrscheinlich kann ich gar nicht spielen weil das account level noch nicht ausgenügend ist aber hey warte ach digga sorry die xm4 ja doch die hast du kannst du von anfang an direkt spielen oh sehr gut ich habe 24.000 mann hier ist epischer schlüssel ich habe schon einen da liegt noch etwas episches noch ein epischer schlüssel ja cool cool oh das ist ein äffchen oh geil äffchen ich habe schon mal ich habe schon mal ich habe schon mal Halt mal die Stellung hier. Das Ding ist schon wieder oben. Och ne, bitte nicht. Ach, ich hasse mich. Jetzt war ich der Dolly. Ja, bis jetzt. Was zum Henker ist das bitte? Habe ich gerade eine Luft-Strike angefordert oder wann ist sie gerade kaputt? Boah, Sturmgewehr 1. Was? Hab der was geiles rausgefunden auf jeden Fall. Mal gucken wie lange das noch geht. Bis zum Patch. Dann müssen wir das halt ausnutzen. Mal gucken. Definitiv. Oh, Lustpunkt. Könnten die letzten sein. Eh, das ist die Spinner. Ich mach' keinen Schaden. Ich mach' keinen Schaden. Ich bin nur auf die hinterher, die kannst du aber töten. Ich mach' keinen Schaden. Ich hab' sie weggemacht. Danke. Das Töten der Fleischwecke ist gerade bedeutend einfacher geworden. Das Töten der Fleischwecke ist gerade bedeutend einfacher geworden. Ich hab' schon die maximale Stufe. Oh, lui. Schau mal, wo ist auch Perks. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich geh' mal den Noggle holen. Ich geh' mal schnell ne福 Curry Mal gucken. Mal gucken, wie sie drineses. Ich, ich, ich. Was? ich habe die pupsi bekommen wir haben einfach die wunderwaffe rausgezogen ausgläutiger die wunderwaffe ja und das war nun epischer schlüssel ganz zufrieden er hätte schon takiere wollte ich doch und das ist nämlich auch wichtig ist auf dem weg nach unten in diese hülle ja genau da ist er noch kostet auch 4000 euro ich bevorzuge piña coladas moll halten zu mir ja noch ein schlüssel 2600 schaden macht die waffe ohne punch ok ach so bekommt man die kogamys du musst dich bewegen sonst afk und so da kam einer da kam einer ja 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 Oh, es macht schon Bock, Alter. Nice. Let's go. Ich hab' den Heli am Laufen, falls ihr die Hupe schwingen wollt. Ich hab' den Heli am Laufen. Ich hab' den Heli am Laufen. Alter. 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 Jawoll. Oh, wieder Kaugummis. Die Kaugummis verliehen. Goal. Alter, ist das geil. Mein Gott, die Waffe ist schon Stufe 17, Alter. Alter. Und wenn das Stufe wird, dann die Gold? Gold musst du bestimmte Sachen für machen. So und so viele Headshots. Ach so. So und so viele Kills, ohne zu sterben. Oh, okay. Krass. Hier ist noch eine Stütze. Aber hast du wahrscheinlich schon. Erstmal einen Schrott einsammeln. Ich brauche 5.000 für die letzte Aufwertung. 30 Zeh in Stücke. Oh, nee. Ich möchte aber nicht mehr. Verstabt nochmal der Heckrusterkletz. Bitte leider erstmal fest. Wo war das, wo du den Rüstung verbessern konntest? Den was? Deine Rüstung? Konntest du nicht auch irgendwo verbessern? Äh, Panzer. Panzerrüstung, oder? Ja. Müsste hier irgendwo sein, an der Wand, unten. Stufe 2, glaube ich. Der Stufe 3 ist, glaube ich, draußen. Das ist, glaube ich. Hö. 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 hier an der stufe 3 direkt kostet 14.000 gebt noch einer ich gehe mal eben punchen ich habe es nicht mein geburtstag aber es Das könnte eine Eskalationenrunde werden. Da mach ich Schaden mit der Railgun. Ist auf jeden Fall gut für die Bosse. Oh, das war too much. Nee, oder? Das ist jetzt kacke. Ach, ich kann mich selbst wieder beleben. Das ist gut. Warum, warum, warum? Ich war gerade Arsch rettend. Warum? Was ist denn so alles? Da liegt irgendwas. Helikoptererschutz. Helikopter, Helikopter. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, ja. Juppie. Was ist denn da? Was ist denn da? Wie siehst du denn aus? Was ist denn da? Komm. Ist hier noch einer am Leben? Joa, der war ohne Beine. Oh, ich seh's schon. Na ja. Na ja. Okay. Ich überlege gerade. Irgendwas habe ich verloren an Trevor, glaube ich. Oder? Hä? Ah, Headshot der Kiri habe ich verloren. Geh nochmal nach oben. Joa, hier war's nicht. Nee. Anders hier, glaube ich. War denn der Tunneleingau? Hier, glaube ich irgendwo, oder? Ah, hier. Gefunden. Dann würde ich noch ganz schnell in den Waffenkammer-Ding. Gucken wir mal, was ich da auch schließen kann. Ja, das ist zugegen, Pisse! Mhm. Mhm. Da bin ich wohl einmal falsch abgebogen. Hier ist es. Und ich bedauke, was ich da mir hab. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hat er denn hier schon wieder eine Pupsi? Oh, ich glaube, du kannst die auch holen. Ich glaube, ich habe die jetzt aufgemacht für uns. Okay. Maybe. Also wenn du Glück hast, kannst du auch einholen. Dann komm ich mal wieder nach unten. Uah! Na, wie geht's ihnen so? Mir geht's sehr gut. Mir. No. Schnauze da oben. Schnauze. Ich mach 9000 Schaden mit der Railgun. Oh, du bist nicht die Gegend. Was ist das? Just da? Ich dachte mir schon, dass ich das troye würde! Musik Pau mal aus! Okay, get out of here, stop! Alter Schwede! Jetzt brauche ich noch 30.000 insgesamt Dollar und den letzten Abgriff für mein Mutanteninjektion. Ach, das was du gerade eben hattest wahrscheinlich. Ist geil. Rein in den Mutantenleben! The fuck?! Waaat?! W-what the fuck?! W-what the fuck?! Wie geil ist das denn, Alter?! W-what the fuck?! W-what the fuck?! Das hat's authorities! Diese they went down below. Mit Sklavenl! Boah, Bruder. Ich glaub ich hats noch verschoben. Konzentrierte. Alles gut. Wollen wir nochmal die Panzerung? Oh man, aber hier nehmen wir Raum. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine gute Panzerung. Jetzt brauche ich hier nochmal von 2.000. Okay. 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 Rennt! Alter! 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 Das ist geil, Alter! Alter! Alter, wie viel hier rumliegt! Da liegt ein goldener Schlüssel! Oh! Oh mein Gott! Das könnte krank werden! Ja, Benni! Genau! Genau! Aua! Ja! Wie die wegfliegen! Ja! In. Ja! Ja! Da. Ja! 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 Das war jetzt! Ich hatte Kirschgeschmack erwartet, wie ihr Gemüse oder Mineral, ist mir schlecht egal. Da liegt Muni! Na ach komm, das ist nicht dein Ernst! Scheiße. Und ich kann mich nicht wiederbeleben. Kannst du mich im Wasser wiederbeleben? Oh, was? Das funktioniert? Geil. Ich hab schon wieder Haptop gekriegt. Ja, ist doch geil, Kleiner. Macht auf jeden Fall Bock. Oh Gott, ich dachte, die Runde ist schon vorbei. Wieder einen am Leben lassen. Ja, bitte. Das letzte. Da habe ich auch mal zur Beutekammer. Nicht mal gucken. Ach, du hast auch einen goldenen? Ja. Letzte Dingens, letzter Upgrade. Ich habe 4.000, ich hol mir mal eben schnell den Headshot Akiri. Willst du hochfahren? Nö, ich nehme den langen Weg. Okay. Ich muss ja den langen Weg nehmen. Ich muss ja den langen Weg nehmen. Ja, ey, es macht auch unglitz Bock. Also, vor allen Dingen dann, wenn du hier einen Glitch findest, der auch noch funktioniert. Richtig geil. Selbst Multiplayer, wo ich eigentlich gar kein Fan bin, macht auch Bock. Zwar das Geschwitze ist jetzt nicht so krass, aber... Geil auch. Ja, so ein Boot Zombie Glitch. Wo du einfach nicht angefasst wirst. Das ist bei mir. Das ist ein Sniper. Das ist natürlich belastend. Ja, das stimmt. Äh, du hast den gerade... Hast du den gerade weggendockt oder was ist mit dem passiert? Keine Ahnung. Hier ist ne ASG 89 drinne. Zugang zur Waffenkammer klingt ab. Nein! Ich hab... Jetzt nicht... Bitte ernsthaft meine... Ich hab meine... Ich hab meine Waffe, leider. Ich hab meine Waffe vertauscht. Ich kacke ab, Alter. Ich hab eine goldene Shotgun jetzt. Oh geil. Dann gucken wir mal, ob die... Wie die rein... ...hämmert. Das ist eine... Das ist eine... ...ASG 89. Ich bin mal gespannt, wie die abgeht. Das ist diese automatische... Ich hab die geil. Na? Das ist eine goldene. Ich bin mal gespannt. Jetzt hab ich nur noch die Pups hier, Scheiße. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und jetzt muss los. Welle 30 schon, Alter. Okay, ich mach 18... Ich mach 17.000 Schaden mit der... ...Railgun. Der Beuter. 50.000 Erfahrungspunkte bekommen. Danke. Hey. Das ist das geil. Was? Wer ist denn... John McClane? Das ist... ...der Mann von meiner Mama. Bitte was? Ja. Hallo. Darf ich deinen... Darf ich deinen Vater auch mal kennenlernen? Aber der steht hier... Achso, aber der steht da frei hier. Hallo? Der ist... Der konnte hier joinen? Ja, ja. Der hat's geschafft. Muss ich noch immuten. Der ist bei Discord noch... Ah ne, Benni. Ja. Der hat die Rechte zum Reden. Jetzt müsste es funktionieren. Jetzt müsste es so reden können. Ich bin down. Ich bin down. Oh Gott. Bringst du? Alter. 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 Lass mir mal kurz einen am... ...am Leben. Da kannst du auch mal kurz rufen. Was denn, Koro? Der muss rein und raus nochmal. Ralf, geh nochmal rein und raus. Bei Discord, in dem Sprachding, einfach rein und raus nochmal. Jetzt kannst du doch mal reingehen, jetzt musst du zu reden. Alles gut. Ah, jetzt. Hallo, Rallo. Hallo. Ich muss gleich mal auf jeden Fall punchen gehen. Ja, ich geh mal punchen. Ja. Ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen lauter machen. Ja, ich hab' das schon mal gemacht. Ja, ich hab' das schon mal gemacht. Ja, ich hab' das schon mal gemacht. Aber wegen diesen Fliegeviechern, weil wir grad auf Discord dich freischalten mussten. Ja. Okay. Brauchst du noch Ruckus? Ja, das Boot. Das Boot kannst du am besten zu zweit machen oder so, oder? Weil du wirklich mal stirbst, dass du die anderen wiederbeleben kannst. Ja. Ja. Ja, oder du kannst ja auch Selbstwiederbelebung hier kaufen. Das geht ja auch. Wo? Am Anfang hast du ja eh eine Selbstwiederbelebung, wenn du Solo spielst und du kannst hier an diesen... Hier gibt's doch diese Handwerkstationen. Okay. Da kannst du dir auch die Dinger kosten. Okay. Da kannst du dir auch die Dinger kosten. Das Boot. Wir lassen am besten einen übrig. Ähm. Und dann kannst du... Das könnte rein theoretisch hier einfach so ein Geschütz auftauchen. Oh oh, die ganzen. Geschickt platziert! Das ist halt das Geile. Wenn du einfach rein joinst, dass du dann 25 Stunden K hast, damit du einfach alles kaufen kannst. Ralf, das ist übrigens der Billingsbruder von Anja. Ja. Von Anja. Ja. Okay. Hallo. Ja, Benni. Ja, aber du kannst dir nicht in Munition zu dem kannst du nicht nach in deinem Leben kaufen, ne? Ne, da kannst du eine Munition kaufen. Warte mal, ich glaub das Geschütz macht grad alle platt. Soll ich die Dinger nehmen, ja? Ja, komm mit. Ja, komm mit. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, wo das ist. So. So. Okay, die Shotgun, die Ball hat echt hart rein, oder? Das ist nicht schlecht. Shotgun ist geil, ja. Vor allen Dingen ist sie auch noch gut. Ja, kacke, das war der letzte. Sorry. Kein Problem, ich hab gepuncht. Alles gut. Ja, sehr gut. Habt ihr nachgeladen? Ja. Maximale Munition. Nicht aufs Boot. Nicht aufs Boot? Nee. Weil wenn du aufs Boot gehst, da kommt irgend so ein komisches Oktopusvieh aus dem Wasser. Okay. Und das puncht uns weg. Okay. Oh ja. Alter. Äh, wie ist denn das? Wenn du exfiltrieren willst, kannst du dir exfiltrieren, ja, ne? Ja. Mit deinem Fried. Genau. Aber ich weiß gar nicht, was das hier bringt. Ich bin down. Okay. Ich bin auch down. What? Was? Das ist nicht gut. Also hier müssen zu klären. Das komische Vieh hat mich getötet hier. Nein, der Läufe. Macht ihr kein Läufe? Nein, gerade nicht. Nein, der Läufe. 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 Ja. Viele sind hier noch? Alter Schwede. Ich komme mir gar nicht drum klar, Alter. Achso. Achso. Ich bin da. Scheiße, ich muss gleich wieder Perks sammeln. Warte, ich hole dich. Danke. Ich schieße erst mal auf die Fettnen. Ja. Ich schieße erst mal auf die Fettnen. Ja. So ist das Käfte. Ich habe nicht mal gefollowed. Ich habe mir gar nicht mal einen Follower. Ich bin schon wieder dauernd. Digga, das ist wirklich. Schößen. Ja. Wir müssen jetzt die letzten sein, ne? Oh. Ja. Das war... Oh. Jetzt kommen gerade in den Shit. Hallo, Domi. hier in dem hier auch in dem raum da oben ist direkt eine 3er weste ich sag's dir die save dein arsch und dann nicht er schon wieder ich sag's dir Tyler wenn du nicht warten kannst 11 Euro Game Pass und dann gib ihm ja kauf doch Munique ja warte ich will mal eben ich versuche zumindest insta kill insta kill insta kill oh ich wollte gerade holen aber ich hab was anderes der letzte Zauber bitte nehmen lassen war das der letzte ja ne ne ich glaub nicht oder irgendwo höre ich noch was ja ah da ist er doch sehr gut perfekt ich muss alle Purs oh mein Gott okay das ist ne neue Runde glaub ich scheiße ja Runde 34 fuck ich bin komplett down oder warte ich krieche ich bin tot oh wir sind alle tot ich bin tot oh wir sind alle tot da ging aber ganz schön was ab Ziga 34 oh wie shit neuer Rekord da können wir jetzt aber live nochmal zeigen wie das funktioniert jo ich kann ja eher mitte in der Runde dann rausgehen dann könnt ihr auch noch weitermachen ich bin ich bin ich bin ich bin